Seit dem 9. November ist die Ausstellung Wismar und die Magie der Farben in der Wismarer Geschäftsstelle der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest zu sehen. 13 ausgewählte Öl- und Acrylmalereien der Künstlerin Katharina Knob wurden aufgehängt. Kunst und Malerei begleitet die gebürtige Wismarerin bereits seit ihrer Kindheit. Als Inspiration nimmt sie sich die Welterbestadt mit ihrem Hafen und den Wismarer Traditionsfiguren. Mir ist es eben auch wichtig, die Schönheit der Wismarer Altstadt, der Backsteingothik des Hafens darzustellen und deshalb male ich diese Motive. Ihr Lieblingsbild der Ausstellung ist der Wismarer Hafen mit der Pöhler Kogge. Hier lässt sie die Farben besonders kräftig miteinander spielen. Für die Sparkassenfiliale ist es die sechste Ausstellung in diesem Jahr. Geschäftsstelleleiterin Kerstin Liemann unterstützt gerne regionale KünstlerInnen. Wir bieten ja unsere Wände an, damit die Künstler und Künstlerinnen eben eine Möglichkeit haben, ihre Bilder, ihre Kunst der breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Und so kann jeder, auch wer sich vielleicht den Eintritt nicht leisten kann in Museen oder wie auch immer, trotzdem Kultur mitmachen. Wismar und die Magie der Farben ist noch bis Mitte Januar 2023 zu bewundern. KünstlerInnen KünstlerInnen KünstlerInnen